Was? Epic Cupcake Time! Ich bin Pinkie Pie, das ist Rainbow Dash! Aber jetzt ist die Sonnenbrillen-Rainbow! Was weißt du? Und heute zeigen wir euch, wie ihr Crazy Cupcakes macht! Ruft mal an Sparkle an! Denn jetzt wird's magisch! Ich will mein Monsterglas Regenbogen-Saft werden jetzt erstmal die Gesetze der Freundschaft ändern! Was weißt du eigentlich über Zucker-Komas? Äh, ja! Ich bin gerade wieder zurück von Applejack und hab fünf Säcke Zucker geklaut! Und jetzt werden sie benutzt! Mehr Zucker! Mehr Zucker! Mehr Zucker! Yo Pinkie Pie, das ist ne ganze Menge Zucker! Jetzt das Mehl! Und bloß nicht an Milch geizen! Jetzt kommt der Regenbogen-Saft! Sehr schön! So, um diese Schlampen zu backen, brauchen wir erstmal unseren Hausdrachen Spike! Denn er wird heißer als an Regenbogen! Ich weiß wovon ich rede! Diese Cupcakes sind mir alle noch zu blass! Zeit zum Dekorieren! Wird Zeit, diese billigen Fotzen mit einem Sonic Rainboom zu ficken! Blumen! Regenbogen! Freundschaft! Wunderkein! Ein riesen Berg Belag! Und noch mehr Belag! Und noch viel mehr Belag! Wenn ich hier fertig bin, brauchen wir den zweiten Winter-AD-Tag! Du sitzt zuhause rum und heulst wie ne kleine Fatsa! Ich sitze hier rum mit diesen wunderschönen Ponys! Und was machst du jetzt, Helter? Und beim nächsten Mal, essen wir Apple Jacks! Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ich hab dich doch ein Wunderschönen! Untertitelung des ZDF, 2020